Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Kanal. Heute in diesem Video geht's um eine Sylvania Metal Halide HSI Metal Arc HSI HX Made in Belgium mit Innenzünder, der ich auch von den lieben Technik-Experten geschenkt bekommen. Und ja leider ist der Innenzünder kaputt, weil der liebe Technik-Experte hatte nicht gewusst, dass sie mit Innenzünder ist, sehen kann und der ist halt dann wahrscheinlich durchgebrannt, weil die zündet jetzt ohne Zündgerät gar nichts. Wir haben nochmal als Austauschlampe für Quecksüberdampflampen vorgesehen. Das habe ich hier natürlich am Zündgerät angeschlossen. Hier das Zündgerät das Übliche. Das Vorschau geht jetzt auch das Übliche, das ist das VHM, also Quecksüberdampf und HI mit Halogenmetaller. Passt eh gut. Mal nochmal den Stempel. Das war eine Mellark HSI HX C.U. Made in Belgium. Gute Qualität. Ich mache jetzt ein bisschen dunkler und mache mir das direkt an. 3, 2, 1. ... ... ... ... ... ... Es wird doch sehr schnell, sehr hell. Es wird doch sehr schnell, sehr schnell. Ja, Pia. Jetzt lasse ich die jetzt mal vollkommen hochbrennen und dann sehen wir es gleich wieder. So, gute 10 Minuten später jetzt ist die Lampe fast tot gebrannt. Sie ist schön hell. Neutral weiß. Philips war ja Himmelweiß. Bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.